Man liegt dann damit eben auch nicht falsch, wenn man jetzt Lobbyismus und Korruption eine gewisse Nähe unterstellt, weil immer wieder verschwimmen auch die Grenzen, das ist nun mal so. Dort wirklich extrem wilde Partys mit muskulösen Fischmännern und oben ohne Nixen gefeiert, die auch dann bei Politikern recht beliebt waren. Aber wir werden halt nur eine echte Demokratie halt haben, das was ihr eigentlich ja vorgebt zu wollen. Wenn wir halt auch die Wirtschaft demokratisieren und wenn die das hören, dann rasten die halt aus und sagen, du bist irgendwie ein sozialistischer Massenmörderverbrecher. Lobbyismus zeigt auf, dass die Ideale dieser Gesellschaft, gleiche Mitbestimmung für alle Politiker, die wenn nicht immer kompetent, aber zumindest im Auftrag des Volkes handeln, voranstellen des allgemeinen Interesses vor dem Interesse des einzelnen Unternehmens nicht eingelöst werden. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Wessen Weg einen beim Besuch Berlins auch in den Reichstag führt, um neben Brandenburger Tor, Museumsinsel und Gemüsekebab auch wirklich alles abgehakt zu haben, das so ein Kurztrip in die Hauptstadt ausmacht, der findet sich in einer merkwürdigen Situation wieder. Da sind sie nun, wie man sie sich immer wünscht, die Politiker unter einem. Zu Füßen des Volkes durch das transparente Glas der Kuppel bei ihrem alltäglichen Auftrag im Namen des deutschen Volkes am Schalten und Walten im Sinne des Gemeinwohles. Doch so transparent wie durch die Kuppel lässt sich ihr Handeln nur selten beobachten. Und so sehr im Sinne des Gemeinwohls scheinen sie noch seltener zu handeln. Aber warum ist das so? Wenn Demokratie doch im Kern gut ist, das Ende der Geschichte, die höchste Form menschlicher Gesellschaft. Wer ist es, der die eigentlich doch so edlen Volksvertreter korrumpiert? Wer die heimlichen Strippenzieher hinter Gesetzen sind, die nur einigen wenigen nützen? Wer sind die Förderer bösen Einflusses, die immer wieder unsere Gesundheit, unsere Träume und Körper auf dem Altar des schnöden Mammons opfern? Für viele ist die Antwort klar, die Lobbyisten. Dieser geheimnisvolle Menschenschlag mit so viel Macht, der scheinbar lila Scheine durch die Lobbys aller Parlamente dieser Welt schmeißt und sich so zur fünften Macht im Staat macht. Der Politiker Pipelines in die Aufsichtsräte autokratischer Rohstoffriesen errichtet und nicht nur damit, sondern auch mit gekaufter Forschung, Geldspenden an Parteien und extravaganten Events, den Politikern mit Schlangenzungen ihr Interesse einflüstert. Muss also das Volk wie Siegfried der Drachentöter diese Brut besiegen oder sind diese zwar schmierigen Anzugträger nicht vielleicht auch einfach nur das Schmiermittel zwischen Staat und Wirtschaft? Was hat es also mit dem Lobbyismus auf sich? Sind Maskenaffäre, Gazprom-Deals und Grüße an Helmut Kohl, unser schlechtes Internet durch Kupferkabel nur die Ausnahme oder Regel im Geschäft der Politik? Wer ist überhaupt alles Lobbyist? Und wie wird man so einer? Gab es schon immer Interessenvertreter oder ist der Lobbyismus ein modernes Phänomen? Warum geht die Politik immer wieder auf die Angebote der Lobbys ein? Und wie versuchen einige wenige dagegen vorzugehen? Gibt es hier eine Möglichkeit, Demokratie und Kapitalismus vom korrumpierenden Einfluss zu befreien oder führt nicht auch die Lobbyismuskritik in ganz eigene Sackgassen? Das erfahrt ihr heute in unserer 122. Folge über Lobbyismus. Ja und diese heutige Folge ist auch unser Einstieg in den Wahlkampf dieser erneuten Schicksalswahl, die ja am 9. Juni 2024 ansteht. Denn gerade vom EU-Parlament wird ja oft gemutmaßt oder belegt oder darüber gesprochen, dass dort die Lobbyistischen Geschäfte und Machenschaften doch mit am größten seien. Was auch mit daran liegen mag, dass dieses Parlament am weitesten weg von den Menschen wirkt, wie es halt eben nur geht, weil eine Weltregierung haben wir ja noch nicht. Und da haben wir uns eben gedacht, dass das jetzt ein genau richtiger Zeitpunkt ist für diese Folge, wo wir uns gerade in diesem heißen Wahlkampf befinden, weil das dann einfach auch immer einen Teil des Diskurses abbildet, der in der Gesellschaft stattfindet, wenn so eine Wahl ins Haus steht. Und in diesem Sinne möchte ich euch auch mitnehmen, dass wir uns einmal gemeinsam angucken, worüber werden wir denn heute konkret sprechen. Zuerst klären wir, was Lobbyismus überhaupt ist. Dann sprechen wir darüber, wie dieser entsteht, wie er funktioniert. Und dann für uns die relevanteste Frage, ob man den Kapitalismus vom Lobbyismus trennen kann und welche Probleme mit der Lobbyismuskritik einhergehen. Weil ich denke, die allerwenigsten Menschen werden sagen, Lobbyismus, das finde ich eine gute Sache, das sollte auf jeden Fall in der Politik passieren, das ist einfach wichtig, dass jetzt zum Beispiel Konzerne, Politiker beeinflussen dürfen. Von daher einfach weitermachen, gerne mehr davon. Sondern es wird ja dann halt eben vor allen Dingen Lobbyismus darüber behandelt, dass es möglichst wenig solchen geben sollte oder ganz abgeschafft werden sollte. Und daher auch für uns dann dieser zentrale Punkt heute, ist es denn überhaupt möglich? Also nicht ganz so schnell. Wir kommen auch noch zu den Pro-Argumenten für Lobbyismus, weil wir wollen ja immer ausgewogen in so ein Thema reingehen. Und es gibt auch natürlich gesellschaftliche Kräfte, die vielleicht so ein oder so ähnliche Haltung auch haben. Okay, okay, klar. Es gibt halt natürlich immer gesellschaftliche Kräfte. Es ist ja auch irgendwo ein bisschen naheliegend, dass es auch irgendwen geben muss, der das will. Sonst würde es ja auch nicht existieren. Und deswegen, lass uns doch mal rein starten, was Lobbyismus überhaupt ist. Und ganz einfach gesagt, ist Lobbyismus die Einflussnahme von Interessengruppen auf Politiker und damit politische Entscheidungsprozesse. Wie genau das dann im Detail aussieht, das werden wir im Verlauf nochmal besprechen und uns genauer angucken. Ja, und damit hast du es eigentlich schon richtig gesagt. Lobby, das ist im Endeffekt eine Interessenvertretung. Alle kennen ja auch so ein bisschen so diesen Ausspruch, eine starke Lobby haben. Wir werden uns heute auch primär auf die Lobbyarbeit von Unternehmen beziehungsweise Zusammenschlüssen von Branchen oder regionalen Teilen der Wirtschaft beziehen. Weil das ist auch eigentlich das gängigste Ziel von Lobbyismuskritik und dem ganzen Diskurs darum. Trotzdem muss man sagen, wird Lobbyismus auch auf die Arbeit von anderen Interessengruppen bezogen. Und eigentlich macht das auch Sinn. Beispielsweise von religiösen Institutionen, den diversen Kirchen oder auch Moscheeverbänden, politischen Verbänden, konservative oder linksliberale Zusammenschlüsse, die auf die Gesellschaft allgemein in ihrem Sinne wirken wollen, Gewerkschaften, aber auch Freizeitverbände. Beispielsweise Verbände von Campern oder Radfahrenthusiasten. Gleichzeitig wird auch der Begriff Lobby oft auf die Organisationen bezogen, die im Sinne der Zusammenarbeit mit einem bestimmten Staat aktiv sind. Diese versuchen dann sowohl ihre Interessen an der Zusammenarbeit, beispielsweise ökonomische, es können aber auch kulturelle sein, einfach weil eine Diaspora existiert oder weil man eine besondere Nähe zu diesem oder jedem Staatsvolk und Staat sieht, als dann auch die Interessen des Staates selber an die Politiker herangetragen werden sollen. Das sind dann beispielsweise sowas wie die DAWA-Partei oder der Moscheeverband DITIB als Lobby des türkischen Staates, DIG, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, als die Lobby Israels in Deutschland oder die sehr einflussreiche Atlantikbrücke e.V., die für die deutsch-US-amerikanische Zusammenarbeit wirbt. Und das ist sowieso, finde ich, auch eine Organisation, mit der kann man sich auch intensiver auseinandersetzen, was wirklich spannend, wie einflussreich und umfangreich auch ihre Lobbyarbeit für die deutsch-US-amerikanische Freundschaft ist. Ja, und viele der Mechanismen, die wir heute beschreiben, lassen sich dann auch auf diese Interessengruppen und ihre Lobbyarbeit beziehen. Aber wie gesagt, wir werden uns vor allem heute auf die Unternehmen und die Branchenverbände fokussieren. Ja, und Lobbyismus hat auch noch andere Namen, manche auch sehr modern und schön klingt, sodass sie sich auch gut als Titel eines international renommierten Abschlusses einer Elite-Universität machen. Public Affairs ist beispielsweise einer. Das klingt wie PR, Public Relations und ist auch eng damit verbunden, wird auch manchmal als Teilbereich davon gesehen, gängigerweise aber von jetzt der klassischen PR-Arbeit auch abgegrenzt. Weil während Public Relations, PR, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit bezeichnet, bezeichnet Public Affairs die Kommunikation zwischen Unternehmen und der Politik. Und das zeigt sich dann auch in anderen, weniger verruchten Namen, wie beispielsweise der in Deutschland sehr beliebten Politikberatung oder auch Government Relations. Und das ist auch der Name, den viele Lobbyisten für sich selber gerne wählen in Deutschland, Politikberater. Das zeigt sich auch in der DGPOL. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung und ist eigentlich die, kann man das glaube ich sagen, die Branchenlobby der Lobbyisten in Deutschland, der Berufsverband dafür. Generell, das muss man dazu sagen, mit PA und PR sind PA-Strategien häufig mit PR-Strategien verbunden. Wie wir sehen werden, sind die Beeinflussungen der Öffentlichkeit stark verbunden mit der direkten Lobbyarbeit am Zentrum der Macht. Da kann man auch direkt schon mal sagen, Lobbyorganisationen sind eben vor allem dann auch an dem tatsächlichen physischen Zentrum der Macht tätig. Das zeigt sich in Deutschland beispielsweise daran, dass der Sitz der meisten Lobbyorganisationen dann im Berliner Regierungsviertel ist. Oder in Brüssel unfassbar viele Lobbyorganisationen wegen dem EU-Parlament tätig sind. Wer sich da auch auskennt, dem kann sicherlich dann eine Führung durchs Berliner Regierungsviertel auch sehr viel Spaß machen, weil man dann eben die ganzen großen Branchen, Verbände und individuellen Lobbyisten antreffen kann. Okay, aber woher kommt jetzt dieser Begriff eigentlich? Lobby, ich meine, das muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Und das hat es auch tatsächlich, weil Lobby ist ja erstmal einfach nur der Raum zwischen Tür und weiteren Treppen oder Aufzügen zu anderen Teilen des Gebäudes bzw. des Eingangsbereiches. Und genau hier gibt es zwei Herleitungen. Erstens den Bezug auf die Lobbys des Westminster Palace, in dem das britische Parlament aufgeteilt in House of Lords und House of Commons sitzt. Hier hatten wir auch ein bisschen in unserer Folge über Monarchie drüber gesprochen mit unserer Genossin Anna. In diesen Lobbys konnten Teile der Öffentlichkeit auf die gewählten bzw. über alte feudalpraktiken eingesetzten Vertreter treffen und seine Interessen artikulieren. Und zweitens wird in Bezug auf die US-Politik der Begriff auch auf die Lobby des Kapitols bezogen. Aber in den USA auch auf die Hotel-Lobby, das Willard Hotel in Washington DC, zurückgeführt, wo der 18. Präsident... Das ist echt so ein Hindernis-Pakur, diese Scheiße immer. Wie wirst du ihn denn aussprechen? Ulysses S. Grant. Ulysses. Ja. Der 18. Präsident Ulysses S. Grant abends beim Genuss von Zigarre und Brandy von Interessensvertretern mit kostenlosen Zigarren und Getränken versucht wurde zu umgarnen. Das waren noch einfache Zeiten für Lobbyisten. Ja, ja. Diese ganzen Namen und Personen, wo man dann immer probieren muss, die vernünftig hier so im Podcast auszusprechen. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es das Einfachste ist, möglichst souverän das Probieren einfach durchzusprechen, damit es sich einigermaßen vernünftig anhört. Gab es nicht auch mal diesen schönen Moment, den du dringelassen hast in der Folge zu True Crime, wo ich versucht habe, Guadalajara auszusprechen? Ja, 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 genau. Mal gucken, ob das hier drin bleibt. Dann fragt man sich an der Stelle natürlich auch, ist Lobbyismus vielleicht wirklich ein so modernes Phänomen? Und da kann man sagen, ja, zum einen gibt es historische Vorformen, wie beispielsweise das Antischombieren in der frühen Neuzeit und dem Anfang der Moderne, bei dem dann Interessenvertreter in der, und jetzt kommt auch mein wunderbares Französisch zum Tragen. Ich habe damals Latein gewählt, Antischambre. Also den Vorzimmern des Adels verweilten, um eine Chance auf ein Gespräch zu haben. Generell sammeln sich eigentlich auch schon immer in Zentren der Macht Personen, die versuchen, Einfluss auf die Mächtigen zu ihren Gunsten zu nehmen. Man denke da an die reichhaltige Geschichte über das Leben, die Intrigen und die Personen in den Palästen der Herrschern von Antike bis in die Neuzeit. Gleichzeitig gibt es aber mit dem Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus und von Monarchie zu Republik mit parlamentarischer Demokratie eine wirklich immense Komplexitätszunahme, sowohl in wirtschaftlichem Leben als auch in der politischen Entscheidungsfindung. Also entgegen ein paar besonderer Berufsverbände, dann eben in Gilden organisiert oder dann vielleicht auch noch einer einflussreichen Händlerklasse und sonst einer sehr stark agrarisch geprägten Wirtschaft, gibt es eine unfassbare Komplexitätszunahme mit der industriellen Revolution und so viel mehr Branchen, die natürlich auch zu ihren Gunsten Einfluss nehmen wollen. So viel mehr globalen Handel, immer wieder mit Perioden der Isolation, aber das kann man natürlich einfach nicht in dem Maße mit vorheriger, feudaler oder noch Sklavenhalter Wirtschaft vergleichen. Und gleichzeitig, wie gesagt, wird das Zentrum der Macht einfach deutlich vielfältiger und es gibt auch mehr Personen, die man dann eben beeinflussen kann. Dazu kommt auch noch die deutlich dynamischere Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftsteilnehmern. Hieraus entsteht dann eben über die Jahre und da sieht man auch einfach ein absolutes und relatives Wachstum der Menge an Geld, die dafür aufgewandt wird und auch eine gewisse Notwendigkeit und ein immenser Nutzen einer professionalisierten Lobbyindustrie für die diversen Unternehmen und ihre Zusammenschlüsse. Ja und bei all dem kommt vielleicht auch einfach daran erstmal Interesse auf, wie entsteht denn dieser Lobbyismus konkret und da zu Beginn die Frage, wie man überhaupt Lobbyist wird. Weil es ist ja wirklich ein Beruf, um den so viele Mythen ranken und der so viel besprochen wird, der auch sehr bekannt ist, aber für den jetzt sag ich mal eher weniger auf Jobmessen geworben wird oder der selten von Jugendlichen als Traumberuf in der Grundschule genannt wird. Wie ihr euch das vielleicht denken könnt, ist Lobbyist zu werden kein Ausbildungsberuf und es gibt auch selten ein Studium mit dem Ziel, Lobbyist zu werden. Bestimmte Studiengänge erleichtern den Einstieg ins Lobbyistenleben, genauso wie das vorherige Arbeiten mit ergänztem Studiengang tun. Ja und ganz selten gibt es dann auch so private Public Affairs Studiengänge, die man dann machen kann, um dann auf ein vorheriges Studium oder eine vorherige Arbeit aufzusetzen, um dann in dem Bereich besondere Fähigkeiten zu erwerben. Es gibt es, wie gesagt, ganz selten. Für Deutschland ist dann in der Recherche vor allem der Public Affairs Studiengang in der privaten Quadriga-Hochschule in Berlin uns dann aufgefallen. Das ist auch eine wirklich sehr kleine Universität. Im Sommersemester 23 gab es dann beispielsweise 107 Studierende. Da kann man dann für 18.000 Euro ein MBA, Master of Business Administration, mit Fokus auf Public Affairs und Leadership machen. Dafür braucht man dann eben wie üblich bei einem MBA ein vorabgeschlossenes Studium und Berufserfahrung, die man dann vorlegen kann. Und tatsächlich diese 18.000 Euro sind eigentlich auch so die gängigen Beiträge, die man für so einen privaten MBA zahlen muss. Ja, man sieht also, was ich ja auch schon vorhin ausgeführt habe, es ist einfach nicht so, dass man daraufhin üblicherweise ausgebildet wird oder an der Hochschule herangebildet wird. Ja, warum ist das so? Zentral für den Lobbyisten sind aufgrund seiner Arbeit diverse Punkte, die sich nicht einfach über die Ausbildung angeeignet werden können. Erstens die Erfahrung und Ahnung von der Wirtschaftsbranche oder Interessensgruppen, die vertreten werden soll. Zweitens die Erfahrung und langjährige Arbeit im politischen und diplomatischen Bereich, um zu wissen, wie der Hase läuft, um zu verstehen, wie Interessen durchgesetzt werden können. Und drittens dadurch, und das ist eigentlich am wichtigsten, umfangreiche Beziehungen zu Personen in der Politik, in den unterschiedlichen Parteien und in den anderen Interessensgruppen vorhanden sein müssen. Hieraus ergibt sich auch, warum so viele Lobbyisten vorher in der Politik tätig waren. Die Politiker werden aufgrund ihres Beziehungsnetzwerks, den oft beschriebenen Seilschaften, eingekauft. Dieses Phänomen wird auch als Drehtüreffekt oder im Englischen Revolving Door bezeichnet. In Frankreich Pointe du Flage und in Japan Amakudari. Schönes Wort für vom Himmel hinabsteigen. Dieses Netzwerk macht den maßgeblichen Erfolg aus, den ein Lobbyist später hat. Und ich glaube, wir haben jetzt keine ausführliche Statistik darüber, wie viele, die heute als Lobbyisten arbeiten, dann früher als Politiker tätig waren. Aber ich glaube, uns allen fallen auf Anhieb mindestens fünf Personen ein, die man da einfach direkt im Kopf hat. Also so jemand wie Joschka Fischer oder so ist ja eine Person, die sozusagen oft umschrieben, Wir haben ja auch in der gesamten öffentlichen Diskussion vom Straßenkämpfer dann über die Politik in den Aufsichtsrat von, wo sitzt der jetzt gerade? Irgendeinem Ölkonzern oder so oder einem Autokonzern. Auf jeden Fall irgendwas in der Art, wo man dann ja schon halt merkt an seiner Berufsentwicklung und von der Einflussnahme her, dass er offensichtlich während seiner Politikerlaufbahn dann halt entsprechend schon gekauft wurde von entsprechenden Konzernen, um halt die grüne Politik, die man vor der Wahl dann angekündigt hat, doch nicht ganz so hart umzusetzen in dem Moment, wo man dann an die Macht kommt. Und das bringt einem dann halt eben für spätere Leben nach der Politik dann doch sehr horrende Gewinne ein, wenn man sich dann in so Aufsichtsräte oder Lobbyverbände reinsetzen kann. Und das ist ja auch, denke ich, das oft, was dann noch zusätzlich thematisiert werden muss, wenn man halt jetzt über diese höheren Diäten für Politiker und so weiter spricht. Das meiste Geld, was jetzt wirklich Politiker machen, die richtig in Bundesregierung oder auch in Opposition, im Bundestag sitzen, passiert dann tatsächlich über solche Wege und in der Regel dann erst nach der aktiven Politikerlaufbahn. Ja, da muss vielleicht auch nochmal dazu gesagt werden, das sind ja auch alles diese Fälle, die wir überhaupt so richtig mitbekommen. Es gibt ja noch so viele Leute, die vielleicht mal auch einfach als Angestellter von einem Abgeordneten tätig waren oder in einem kleineren lokalen Umfang oder dann vielleicht über irgendwelche Gremien dann noch an der Bundespolitik beteiligt waren, die dann ihren Weg da rein finden, aber auch einfach gute Beziehungen darüber sammeln konnten, einfach auch ein gewisses Vorwissen dann mitbringen und das dann auch im Endeffekt in Geld umsetzen können. Ja, und durch dieses Netzwerk, was sich dann entsprechend umspinnt, um quasi jede Partei, kann der Einfluss auf den politischen Prozess entsprechend genommen werden. Und das passiert im Phänomen Lobbyismus eigentlich auf dem legalen Weg sogar. Denn gegen der Vorstellung des Lobbyisten, der dem Politiker den Geldkoffer gibt, damit der zum Beispiel Fracking legalisiert, wäre dies in Deutschland genauso wie in allen anderen demokratischen Staaten, eigentlich rechtssicher allen, verboten. Dies wäre dann entsprechend ein Fall von Korruption und Bestechung, also illegaler Lobbyarbeit. An diesem Punkt müssen wir dann aber auch kurz drüber sprechen, dass in Deutschland die Rechtslage im internationalen Vergleich tatsächlich sehr lange sehr locker war. Weil Abgeordnete sind nach dem deutschen Recht keine Amtsträger, sondern Mandatsträger. Und so fielen sie dann auch aus der Strafverfolgung für Bestechung raus und wurden auch erst seit 1994 für den Stimmkauf strafrechtlich belangt. Seit 2014, das muss man sich dann auch immer nochmal so auf der Zunge zergehen lassen, erst in Bezug auf alle Handlungen, Wahrnehmung des Mandats. Was dann 2021, warum, da werden wir auch gleich nochmal zukommen, nochmals verschärft wurde. Generell kam und kommt es zur Verschärfung der Gesetze eigentlich auch immer nur im Zuge von der Aufdeckung von den besonders großen Korruptionsskandalen. Das führt dann zu Sachen wie Änderungen im Parteiengesetz, zu Parteienfinanzierung, Offenlegung von Nebeneinkünften von Mandatsträgern. Das wurde auch immer in Bezug auf Skandale dann als Reform im Anschluss erst durchgesetzt, weil eben der öffentliche Druck so groß geworden ist und weil es natürlich auch immer in jeder Partei ein paar Idealisten gibt, die dann wirklich auch sagen, ey, das geht überhaupt nicht. Man liegt dann damit eben auch nicht falsch, wenn man jetzt Lobbyismus und Korruption eine gewisse Nähe unterstellt, weil immer wieder verschwimmen auch die Grenzen, das ist nun mal so. Wichtig ist hierbei aber, wie du gerade schon mal gesagt hast, dass Lobbyismus eben, was man eigentlich unter diesem Begriff fasst, die anerkannte und legale Praxis als Teil politischer Entscheidungsbildung ist. Und Korruption hingegen ist eine Ansammlung von Straftatbeständen, die als schädlich angesehen werden. Aus der staatlichen Perspektive könnte man dann eigentlich auch Korruption als eine Art, ist natürlich nur ein Teilbereich davon, aber könnte man Korruption auch als unproduktiven Lobbyismus bezeichnen. Und du hast es gerade schon gesagt, warum kam es 2021 zu dieser Verschärfung, dass es eben im Zuge der Affäre um Philipp Amthor, der Aserbaidschan-Affäre und der Masken-Affäre, in die alle CDU-Politiker involviert waren, passiert. Das war halt so gravierend, dass die CDU und CSU ihre Opposition gegenüber zum Beispiel einem verpflichtenden Lobbyregister aufgeben musste. Und so ist es seit 2022 eine Pflicht, dass sich in das Lobbyregister eingetragen werden muss, wenn man Einflussnahme auf Politiker als Lobbyist eben entsprechend nimmt. Das ist halt ziemlich witzig, finde ich, weil das halt ein sehr starker Ausdruck davon ist, wie gravierend die Situation eigentlich ist, wenn halt, sag ich mal, eine Partei, die halt offensichtlich das die ganze Zeit probiert hat zu verhindern, weil sie selber davon betroffen ist und weil sie selber da bis zu den Knien drinsteckt, das dann halt aufgeben muss. Obwohl es jetzt nicht zu irgendwelchen großen Massendemonstrationen gekommen ist, die sie dazu gezwungen hätten, aber es halt so einen großen Druck gegeben haben muss. Und das spricht halt auch immer, finde ich, Bände dafür, wenn man jetzt halt auch über den Punkt so von wie bestechlich und wie groß ist jetzt die Korruption in Deutschland und so weiter, wo ja auch immer dann halt betont wird, wie fortschrittlich das Ganze hier ist im Vergleich zu anderen Staaten. Hier ist es halt oftmals einfach etwas mehr durch die Hintertür, mehr versteckt und mehr in anderen Bahnen mit diesen Netzwerken, als halt diese offene Korruption, wie du beschrieben hast. Und da gibt es dann einfach ein intensiveres System von Legitimierung auch, von so einer Legalisierung auch, von dieser Art von als Lobbyismus bezeichneter Korruption im Prinzip. Das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube auch, warum so vielen Leuten das in Deutschland einfach nicht so auffällt, ist, weil es sich vor allem immer an der Spitze abspielt. Und wir wirklich vergleichsweise wenig oder eigentlich sehr wenig Korruption so im alltäglichen Straßenbild haben, von der Bestechung jetzt von Polizisten, von Leuten beim Amt oder so, wo es dann in Südeuropa oder Osteuropa einfach viel normalisierter ist. Also ich meine, ich habe bis heute im Kopf, dass ich mal, als ich irgendwie elf war oder so, von einem Polizisten angehalten wurde, weil ich über eine rote Ampel gelaufen bin und er mir fünf Euro in Bar abgenommen hat und ich keine Rechnung dafür bekommen habe und ich bis heute sehr sicher bin, dass das illegal war. Aber ich weiß es nicht genau, das ist vielleicht einmal eine Anmerkung dazu. Aber wie gesagt, auf einer generellen Ebene bleibt mein Punkt auf jeden Fall bestätigt. Verbesserung des Stundensatzes irgendwelche Kleinkinder abziehen, das ist auch geil. Aber da kannst du es ja mit so kleinem, wie alt hast du das gesagt? Ich glaube elf war ich da. Ja gut, elf. Aber in dem Alter kannst du es auf jeden Fall noch machen, ne? Das ist halt respektvoll vor Polizeiautortitäten noch sehr groß. Eben, was soll ich auch machen, ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht stabil, dass du da klein beigegeben hast. Warte, ich hätte abhauen sollen. Ja, die waren halt auf jeden Fall zu dritt, glaube ich, da, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Freunde von mir waren schon vorgelaufen nach der Schule zu U-Bahn und ich hatte mir noch am Kiosk was geholt und die meinten, die warten dann hinten beim, da war so ein Comicbuchladen, wo wir immer nach der Schule uns noch Yu-Gi-Oh! Karten für 50 Cent geholt haben. Dann bin ich halt schnell über die Ampel gerannt und dann standen sie da. Dann war ich alleine, die waren zu dritt. Da habe ich dann die 5 Euro gegeben, weil es dann hieß, sonst müssen wir zu Hause anrufen. Okay, also wir haben jetzt geklärt, was überhaupt Lobbyismus ist und wie das Ganze entsteht. Aber wie das jetzt genau funktioniert, das wollen wir uns jetzt im Detail nochmal angucken. Auf persönlicher Ebene ist es hier eigentlich recht simpel. Viele Lobbyisten haben direkten Zugang zum Reichstag durch einen Hausausweis und können so in direktem Austausch mit Politiker kommen. In Aussichtsstellen von Unternehmensanteilen oder einem hohen Posten im Unternehmen, wie zum Beispiel Philipp Amthor bei KI-Unternehmen Augustus Intelligence, während er MdB war oder Gerhard Schröder im Aufsichtsrat der Nord Stream AG und Rosneft. Politiker können also mit Hilfe von Lobbyisten auf Kosten des Allgemeininteresses oder zu Ungunsten anderer Partikularinteressen ihre eigene Machtbasis und Karriere ausbauen. Gleichzeitig versuchen Lobbyisten auf der persönlichen Ebene die Politiker in ihren eigenen Kampagnen und dem Aufbau eigener Stiftungen oder Gemeindexorganisationen, beispielsweise Charities, wie wir es in unserer Folge 114 besprochen haben, aufzubauen. Ja und gleichzeitig wird den Politikern dann auch auf einer persönlichen Ebene ein umfangreiches Umgarn und eine schöne Welt aus Empfängen und Partys geboten, auf denen sie dann die anderen Machteliten antreffen können. Aus der Wirtschaft oder dann eben auch andere politische Vertreter, mit denen man sich dann wieder vernetzen kann. Hier finde ich es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das auch mal von einem Lobbyforscher im Interview genannt wurde, nämlich das zuerst nicht sonderlich glamourös klingende Fastenfischessen des buntdeutschen Omnibus-Unternehmer. Weil, kein Scheiß, die haben bis zur Aufdeckung durch Journalisten dort wirklich extrem wilde Partys mit muskulösen Fischmännern und oben ohne Nixen gefeiert, die auch dann bei Politikern recht beliebt waren. Also gab es sogar Buffet von nackten Frauen, was man essen konnte. Die wilden Fetische der Reichen und Mächtigen, ne, wieder hier. Ja genau. Also wenn man sich das jetzt anschaut, wenn ihr dann auf die Seite des buntdeutscher Omnibus-Unternehmer geht, dann die Bilder, die ihr jetzt seht, das sieht heute alles deutlich gesitteter aus. Fischmänner und oben ohne Nixen. Ich hätte wirklich gerne, weil leider findet man immens wenig dazu, weil es leider nicht sonderlich publik gemacht wurde, aber ich hätte wirklich gerne konkrete Bilder von diesem Empfang gesehen. Das wäre sicherlich recht interessant gewesen, vor allem mit unseren Politikern, die dann neben diesen Leuten stehen. Sowas, muss man sich ja auch vorstellen, ist natürlich auch deutlich angenehmer, als sich jetzt von wütenden Bürgern in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt oder beim Bürgerdialog mit frustrierten Bahnfahrern dann anpampen zu lassen. Gleichzeitig muss man sagen, diese ganze Ebene von persönlicher Beziehung zu den Politikern von Lobbyisten ist zwar absolut zentral in dem direkten Wirken da drauf, aber ist auch eigentlich die Ebene, die immer am stärksten betrachtet wird, weil es ja auch so gesehen häufig am skandalösten ist. Und weil da die ganz großen Wechsel von Politik in Wirtschaft passieren, weil es da dann auch zu solchen Skandalen mit solchen Partys kommt oder mit Unternehmensanteilen, die jetzt anstatt dem Geldkoffer dann rüber geschoben werden. Und natürlich auch, weil Lobbyismus eben als Industrie so stark über das Persönliche bei dieser direkten Einflussnahme funktioniert. Aber gerade deswegen wollen wir uns die im Gegensatz dazu auch häufig vernachlässigte Organisationsebene und der gesamtgesellschaftlichen Ebene jetzt nochmal viel stärker widmen. Ja und hier vor allen Dingen erstmal die Finanzierung der Partei. Denn Parteien brauchen ja auch für ihren parlamentarischen Machterhalt finanzielle Mittel. Allein wenn man jetzt zum Beispiel an den Wahlkampf denkt, der muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und hier ist es auch spannend, mal über den großen Teich zu schauen. Wenn man über die Verbindungen von Geld und Politik spricht, sind die USA generell, aber vor allem dann auch die Wahlkämpfe mit ihrem Zwei-Parteien-System eines der besten Beispiele für diese Verbindung. Es werden Unmengen, gigantische Summen, die seit den 90ern sich auch nochmal massiv erhöht haben, für den Wahlkampf ausgegeben. 2020 war die teuerste Präsidentschaftswahl aller Zeiten. Auch wenn es möglich ist, öffentliche Forderungen für die Wahlkampfkampagne zu bekommen, werden die größten Teile der Kosten durch private Förderer gestemmt. Und hierbei ist es recht spannend, dass Unternehmen nicht direkt für die Kampagnen der Kandidaten spenden können, sondern generell ist es sehr stark reguliert, wie viel Geld gespendet werden darf pro Kandidat. Aber es gibt natürlich auch, wie immer, tolle Möglichkeiten, das zu umgehen, wie bei allen Gesetzgebungen. Ja, zuerst können Unternehmen nämlich über PACs, Political Action Committees, Geld für den Wahlkampf der Kandidaten sammeln. Generell wurde aber auch der ganze Wahlkampf ganz lange als zu stark reguliert angesehen, eben vor allem von rechtsliberalen Kreisen, weswegen es dann auch von diesen einen starken Kampf zur Liberalisierung gab. Daraus entstanden dann zwei wichtige Konzepte für den heutigen Wahlkampf in den USA. Nämlich erstens die Möglichkeit, Geld für Interest Advocacy Ads auszugeben. Diese wurden dann durch die Eight Magic Words von dem Aufruf, Kandidat XY zu wählen, abgegrenzt. Was heißt das? Also es darf beispielsweise dann nicht das Wort Vote oder Support fallen. Dadurch grenzt man das dann ab, indem es nicht ein aktiver, direkter Wahlkampfaufruf für einen Kandidaten ist, sondern man schaltet dann beispielsweise eine Werbung, in dem einfach nur die negativen Aspekte eines Kandidaten dargestellt wird und man vielleicht dann ein weiteres kurzes Video reinschneidet mit dem Kandidaten, den man bevorzugt, wo dann einfach nur so ein paar Slogans von dem dann stehen oder besonders schmeichelnde Wörter gesagt werden. Das ist ja das Schöne, in den USA reicht es dann ja auch, im Prinzip den anderen negativ darzustellen, weil es gibt dann ja noch eine zweite Person, die man verbessern wählen kann. Ja, das ist ein großer Vorteil, wenn man einfach jetzt nur hier was gegen die Grünen aus AfD-Sicht machen wird. Ja, dann gibt es halt noch ein paar andere Möglichkeiten, für die man dann wählen kann. Ja, und zweitens gab es dann noch ein sehr wichtiges Urteil 2010, was auch von Lobbyismuskritikern immer wieder angesprochen wird, nämlich das Urteil Citizens United gegen die FEC. Das hat dann zu einem Recht auf Meinungsfreiheit für alle Personen geführt und damit auch für juristische Personen, sprich beispielsweise Unternehmen. Und daraus folgte dann auch die Ermöglichung von sogenannten Super PACs, also Super Political Action Committees, die unbegrenzt Geld sammeln und ausgeben können für genau solche Interest Advocacy Acts. Das kann man sich dann auch sehr nett anschauen auf YouTube, beispielsweise vom America First Action Super PAC, was glaube ich auch auf YouTube als Kanal tatsächlich so heißt, bei dem dann immer unten bei diesen Negativberichten über Biden und den Positivberichten über Trump dann kurz drunter geschrieben werden muss, dass es von keinem Kandidaten autorisiert ist und eigentlich nur im Sinne von diesem Super PAC gesendet wird und nur die Meinung widerspiegelt. Also ein bisschen wie dann eben die Werbung, die man auf Verpackung drauf hat, wo dann Serviervorschlag drunter steht. Ja und wer jetzt denkt, gut, das ist ja bei uns mit unserer Parteienfinanzierung viel besser, da läuft ja alles rund und das schaut hier überhaupt nicht so aus, der täuscht sich. Weil auch in Deutschland werden trotz unserer Parteienfinanzierung, die ja dann immer hochgelobt wird und wo sich tatsächlich auch aus den USA dann positiv drauf bezogen wird, in zunehmendem Maße andere Finanzierungsquellen für die Parteien und ihre Wahlkämpfe deutlich wichtiger. Generell, das kann man erstmal sagen, darf die öffentliche Finanzierung, die Parteienfinanzierung, nicht die eigene Finanzierung übertreffen und ist sowohl an die Mitgliederanzahl als auch an die Stimmen in Wahlen genauso wie an Spendeneinnahmen gebunden. Gibt es dann eben bestimmten Gegenwert, der für jeden anders erwirtschafteten Euro von der Parteienfinanzierung beispielsweise rausgegeben wird. Ja und hier gibt es dann drei Möglichkeiten, weiter an Geld zu kommen. Das erste wären Unternehmensbeteiligung, da ist vor allem die SPD sehr stark tätig und gewinnt daraus immens viel Geld. Das zweite wären dann Mitgliedsbeiträge der Parteien. Hier sind auch die Volksparteien sehr stark, aber die Linke wäre eigentlich ein Paradebeispiel, die zu einem sehr, sehr großen Anteil ihre Finanzen durch Mitgliedsbeiträge stemmt. Das dritte wären dann Spenden, allen voran Großspenden. Also solche über 50.000 Euro, die öffentlich gemacht werden müssen, werden sie natürlich nicht immer. Hier ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass nämlich im Gegensatz zu den USA in Deutschland direkte Spenden an die Parteien überhaupt nicht reguliert werden. Also hier kann Unternehmen ohne diese ganzen Umwege, die man in den USA gehen muss, einfach direkt spenden, so viel es will. Ist natürlich auch was, was dann sicherlich nicht von allen Unternehmen gemacht wird, weil man ja auch manchmal das ein bisschen verbergen möchte, wenn man jetzt halt so eine Unternehmensspende macht. Aber man kennt das ja von den diversen Parteitagen unterschiedlicher Parteien, dann halt auch so große Plakate, wo dann halt die ganzen Unternehmen aufgeführt sind, die halt dann gespendet haben. Und das ist dann ja auch mal in regelmäßigen Abständen halt schön zu sehen, wie dann auch Unternehmen, die eigentlich entgegengesetzte Interessen zudem, was halt die Partei verlautbart selber dann auf diesen Zetteln stehen. Ja, und das sind nicht nur Unternehmen, die das machen, sondern es gibt auch Großspenden von Einzelpersonen. Ja, und diese Spenden und vor allem die Großspenden sind vor allem für Parteien wie AfD, FDP und tatsächlich auch die MLPD in ihrem Parteifinanzierungsmix immens wichtig. Die MLPD, die hatte auch tatsächlich mal mit 2,6 Millionen Euro aus dem Erbe des Bergbauingenieurs Michael Mais die höchste Parteispende einer natürlichen Person bislang erhalten. Bis sie dann von der AfD im Jahr 2018 mit einem Erbe von 10 bis 14 Millionen Euro des Toilettenspülungserfinders Rainer Strangfeld abgelöst wurde. Das ist eine verdammte Hölle. Also als ich über ihn nachgelesen habe, hat er wohl sehr viel Patente auf Toilettenspülung. Boah, da lässt sich offensichtlich sehr, sehr viel Geld mitverdienen, jo. Aber ja, die MLPD ist ja echt ein Phänomen. Das hat leider echt die falsche sozialistische Kraft getroffen mit dem Erbe. Mit den großen Erben, die immer da drauf hinterlassen werden, ja. Tatsächlich muss man dazu aber einmal kurz sagen, bei dem Toilettenspülungserfinder Rainer Strangfeld und der AfD, das ist alles noch nicht ganz klar, das ist rechtlich. Zumindest stand 2013, was ich dazu gefunden habe. Ich habe jetzt nichts Aktuelleres mehr dazu gesehen. Ist das alles noch rechtlich so ein bisschen im Limbo, weil dieser wohl psychisch schwer krank war und man nicht genau weiß, wie zurechnungsfähig er dann bei der Überschreibung des Erbe war. Er wollte wahrscheinlich eigentlich für die MLPD so eine Stunde abgeben. Die 2,6 Millionen sind ja vielleicht schon langsam am Ausgehen. Wobei, wenn man die Plakateflut dieser Partei bei jeder Wahl sieht, dann offensichtlich doch nicht. Aber gut, den zweiten Punkt, dem wir uns zuwenden wollen, sind dann die beraterischen Funktionen. Am Anfang ist ja auch schon der Begriff Politikberatung gefallen und während es klar auch ein Euphemismus ist und es sich leicht kritisieren lässt, muss trotzdem angemerkt werden, dass diese Funktion ja tatsächlich existiert. Die enge Verbindung in die Wirtschaft und eine gute Informationslage, um fundierte Einschätzungen zu fällen, die beispielsweise nicht zur Verärgerung einer bestimmten Branche führen, tatsächlich ja auch einer der gängigsten Pro-Argumente für Lobbyismus, ist nützlich für eine Regierung. Hier hat offensichtlich die grüne Partei noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Informationslage in die Bauernschaft, die Lobbyverband angeht. Gleichzeitig gibt es aber auch Interessensvertretungen, bei denen die einzelnen Interessen weniger klar herauszulesen ist, wie beispielsweise die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., besser bekannt als Fraunhofer. Sie ist nicht nur die größte Organisation für Forschung und Entwicklung in Europa, sondern auch die Organisation im Lobbyregister mit den meisten Beschäftigten, die unmittelbar Interessensvertretungen ausübt. Das heißt, die im direkten Austausch mit Politikern stehen, aber es gibt dann oftmals noch mehr Beschäftigte, die diesen dann entsprechend zuarbeiten. Das sind der 597 Menschenstand 19.12.2023. Im Vergleich, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., der mit ca. 15,4 Millionen am meisten Geld für Interessensvertretungen ausgibt, hat nur 90 unmittelbare Beschäftigte. Hier muss dann gesagt werden, dass es einen tatsächlichen Unterschied von dem Grad von Beratung und blanker Interessensvertretungen gibt. Während auch Organisationen wie das Fraunhofer, die im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten, stark mit der Privatwirtschaft verwoben sind. Ca. 70% der Finanzierung stammen aus Dienstleistungen für Staat und private Unternehmen und Mitglieder der Gesellschaft sind auch große Unternehmen sowie private Geldgeber. Doch trotzdem wird hier weniger versucht, wissenschaftlich im Partikularen, sondern mehr in dem Sinne zu beraten, wie sich in der Listen das gerne wünschen, im Sinne der gesamten Wirtschaft. Ja, und damit kommen wir auch zu der Forschungsarbeit als Beeinflussungsstrategie. Diese muss man auf zwei Ebenen betrachten. Erstens gibt es die ganz direkte Beeinflussung durch veröffentlichte Studien, die aktiv so gemacht werden, dass Ergebnisse im Sinne einer Wirtschaftsbranche oder eines Unternehmens veröffentlicht werden, welche schon währenddessen oder im Anschluss sich als methodisch fragwürdig, stark verzerrt oder gänzlich falsch darstellen. Hier wäre ein Beispiel zu nennen, die Studie zu der Schädlichkeit von Tabakkonsum durch Rauchen und dann die Forschung zu Passivrauchen und damit das lange Hinauszögern zur Verschärfung in der Gesetzeslage zu Tabakprodukten, der stärkeren Besteuerung oder dem Verbot vom Rauchen in der Gastronomie. Hier lassen sich endlose Beispiele ausführen zur Forschung und Gesundheitsrisiken von Zucker, der Umweltschädlichkeit von Fracking oder der Schädlichkeit bestimmter Pharmazeutika. Und ich finde, hier sieht man an dem Punkt auch sehr deutlich, dass diese Einflussnahmen die gravierenden Folgen des Kapitalismus dann auch verschärfen und gewisse sinnvolle Reformbemühungen verschleppen, was dann tatsächlich Folgen für die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen von Menschen hat. Ja, und genau das wird eben nicht nur direkt gemacht, sondern eben auf der zweiten Ebene auch über indirekte Mechanismen. Neben jetzt so ganz konkret veröffentlichten Studien gibt es auch ganz viele Unternehmen, die sich beispielsweise in Gremien zur Beratung, zur wissenschaftlichen Beratung der Politik reinsetzen. Gibt es auch ganz viele Unternehmen, die massiv in Forschung und Entwicklung investieren. Einmal zum Nutzen ihres eigenen Unternehmens, aber auch im Sinne einer gesamten ökonomischen Entwicklung des Staates. Und darüber ist es dann immer wieder möglich, den wissenschaftlichen Diskurs mitzubestimmen und gleichzeitig auch einfach einen sehr wichtigen Machtfaktor in Verhandlungen zwischen Unternehmen und Politik zu haben. Weil das sind einfach immense Geldsummen, die von privaten Unternehmen oder Branchenverbänden aufgewandt werden, um die Forschung in Deutschland voranzutreiben. Und dazu gehören dann tatsächlich auch die Finanzierung teilweise von Grundlagenforschung, wo auch Geld mit reingegeben wird von Unternehmen. Natürlich gibt es auch sehr häufig die Form, dass Grundlagenforschung vom Staat finanziert wird und dann am Ende private Unternehmen sich draufsetzen und das dann für ihr Unternehmen selber nutzen. Das ist ja auch häufig dann dieser Vorwurf, dass die Forschungskosten sozialisiert werden und die Gewinne später privatisiert. Aber tatsächlich gibt es auch diese unfassbaren Geldmengen, die von Unternehmen in die Forschung fließen und auch immer mehr Einflussnahme beispielsweise auch auf universitäre Forschung. Und das ist natürlich auch einfach eine gewisse Verhandlungsmacht, die die Unternehmen dann haben und die Möglichkeit, in den wissenschaftlichen Diskurs in ihrem Sinne, im Unternehmerinteresse einzugreifen. Ja, und das führt uns dann auch auf die gesamtgesellschaftliche Ebene. Weil anfangs haben wir ja auch schon die Verbindung zu PR, Public Relations Strategien, angesprochen. Als Ergänzung zur ganz direkten Beeinflussung der Regierung wird dies dann auch häufig mit Öffentlichkeitskampagnen verbunden. Wir hätten jetzt gerade schon die öffentlichkeitswirksamen Studien angesprochen, die beispielsweise dann zeigen sollen, dass Zucker im Gegensatz zu Fett gesund ist, der Konsum von fettigen Lebensmitteln schädlich oder Erdgas der Energieträger der Zukunft ist. Das ist dann auch häufig verbunden mit Imagekampagnen für eine bestimmte Branche, die dann beispielsweise eine enge Verbindung mit nationaler Kultur suggerieren. Unsere deutsche Landwirtschaft, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Wahrscheinlich so eine Lobbykampagne, die viele von uns schon mal gesehen haben mit dem schönen, ich glaube, das ist ein blauer Daumen. Genauso gibt es dann aber auch eine aktuelle Stimmungsmache von Unternehmensverbänden gegen bestimmte, wie man so schön dann immer dieses Wort hört, wirtschaftsfeindliche Parteien. Und das sind dann auch teilweise Parteien, von denen man das vielleicht nicht vermuten würde, weil die sehr stark von Großspenden profitieren und eigentlich ein recht neoliberales Programm haben. Aber da finde ich es eben ein gutes Beispiel, die Kampagne Weltoffenes Thüringen von der gleichnamigen Organisation, die dann wirklich Unterstützung von Giganten wie Carl Zeiss hat, wirklich ein absoluter deutscher Vorreiter der optischen Industrie und endlosen anderen Unternehmen, die sich dann gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen die AfD und die rassistische Stimmung in Thüringen wenden. Da ist auch aus einer Wirtschaftssicht dann die Versorgung mit Arbeitskräften, vor allem auch ausländischen Fachkräften, die gerade so ein ostdeutsches Bundesland braucht, dann gefährdet. Oder, um dann mal auf die andere Seite des politischen Spektrums zu schauen, das öffentliche Kritisieren der Grünen durch Branchenverbände, die diesen dann eine forcierte Deindustrialisierung oder auch eine Zerstörung der deutschen Bauernschaft durch falsche politische Erfolgsparameter unterstellen. Bei dieser ganzen Schädlichkeit, die der Lobbyismus ausführt und das ganze Dilemma, in dem wir uns durch die kapitalistische Konkurrenz befinden, da fragt man sich doch, kann man nicht den Kapitalismus vom Lobbyismus befreien? Ist nicht vielleicht sogar nicht der Kapitalismus das Problem, sondern der Lobbyismus? Weil sonst könnte es ja einigermaßen irgendwie so laufen mit freiem Markt und so weiter, oder? Man könnte ihn ja auch eindämmen, dann so ein bisschen mit so Sozialdemokratie, aber die macht das halt nicht so richtig, weil die wird ja halt beeinflusst und deswegen führt sie ihre soziale Politik nicht vernünftig durch. Also ist nicht der Kapitalismus die SPD und ihre Politik das Problem, sondern dass sie einfach beeinflusst wird. Und da kann man ja wirklich sagen, dass in allen Demokratien es eine starke Kritik am Lobbyismus gibt. Hier wird die Kritik vor allem von den Oppositionsparteien formuliert, da logischerweise die Regierungsparteien, die sind die am meisten umworben sind und sich eher in der Verteidigungsrolle ihrer Verbandlung mit Lobbyismus befinden. Gleichzeitig gibt es aber auch an den Rändern der Regierungsparteien immer wieder starke Kritiker des Lobbyismus, die diesen als korrumpierte Kraft für ihre Parteien ansehen. Das Wedervertrauen wird geopfert, die politische Entscheidung statt zum Staatsinteresse, also zum Gemeinwohl, zugunsten partikulärer Interessen gefällt. Inzwischen gibt es einige recht professionelle Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch, denke ich, recht bekannte Namen wie Lobby Control, Transparency, International oder Abgeordnetenwatch. Neben guten Teilen der AfD, was total heuchlerisch ist, wie wir, denke ich, sehr gut in der AfD-Folge auch aufgearbeitet haben, weil sie halt genauso im Hintern von Teilen des Kapital stecken und der Partei der Linke sind wohl Personen wie Marco Bülow, der hier bei uns aus Dortmund kommt, so am bekanntesten in der Lobbyismuskritik. Der war bis 2018 in der SPD und dann der erste Bundestagsabgeordnete der Partei, die Partei. Der ist halt sehr umtriebig auf diesem Themenfeld und hat sein Buch Lobbyland im Jahr 2021 veröffentlicht und macht auch seitdem den gleichnamigen Podcast, der inzwischen 54 Folgen zum Thema Lobbyismus hat. Ja, wie gesagt, er kommt ja auch aus Dortmund, deswegen ist es halt so, dass er über die Jahre nicht so aktiv den ganzen Weg gelaufen ist, aber man halt immer wieder auch so dieses Wirken, was der halt macht, hier in Dortmund mitbekommt. Wir waren ja auch dann damals bei der Aufstehendeninitiative und haben dann dort halt probiert, so ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen und dort war er auch beteiligt und ich würde auch sagen, als im Vergleich zu Sarah Wagenknecht, der ja dann noch oft vorgeworfen wurde, dass sie diese ganze Aufstehendgeschichte halt nur macht, um dann halt so einen Vorläufer von irgendwie so einer eigenen Partei halt zu bilden, war dann halt bei Bülow zumindest diese Kritik am Parlamentarismus, die er dann halt durch seine eigenen Erfahrungen hat, die er halt zu, keine Ahnung, 95 Prozent oder so auf diesen Lobbyismuspunkt bezieht, ja so authentisch, dass man ihn halt auch als, finde ich schon, auch so ein Teil von so Basis-Engagement auch sehen kann und von daher ist halt auch seine Arbeit als Insider dann halt auch spannend und wichtig, weil es braucht halt einfach immer solche Aussteiger dann aus solchen Konstrukten, um ja auch von innen dann halt diese Ansichten zu erhalten und ein tiefes Verständnis dafür zu gewinnen. Auch wenn wir selbstverständlich jetzt nicht mit allem, was er jetzt sagt, oder so beeinstimmen. Ich glaube, wir haben uns auch beide nicht so intensiv mit ihm jetzt und seinen Inhalten so beschäftigt, sondern kennen ihn halt auch vor allen Dingen, gerade wegen dieser Lobby-Kritik-Geschichte und ich glaube, dass es auch so sein primärer Steckenpferd und für viel mehr kennt man ihn auch halt sonst einfach nicht. Ja, und ich finde auch, und das wird oft unterschätzt, auch für die Partei, die Partei ist eben diese Lobbyismus-Kritik so ein gewisses Steckenpferd. Ist ja generell spannend, weil wir im Podcast eigentlich bislang so gar nicht über die Partei, die Partei geredet haben, auch wenn wir häufiger mal von euch dazu gefragt wurden. Da wir jetzt auch offen gestanden, wie wir sicherlich schon mal gesagt haben, eigentlich recht wenig von ihr halten. Oder gar nichts. Tut es vielleicht besser. Vor allem hier auch in lokaler politischer Arbeit, die Erfahrung, die wir so damit gemacht haben. Also die lokale politische Arbeit bezieht sich halt darauf, dass es einfach ein Alkoholikerverband ist von gealterten Männern, die halt wirklich sehr, sehr nervig auf Anti-Nazi-Demonstrationen irgendwelche chauvinistischen Schreiereien halt von sich geben, wenn sie irgendwie eine Nazi sehen, der irgendwie Hartz IV bezieht oder so. Ja, das war auch ganz lange die Hauptkritik an SS-Sigi. Ja, Sigi, warst du schon beim Abend heute? Das war tatsächlich sehr nah an der Realität dran. Ja, aber tatsächlich ist es so, wenn man sich das anschaut, dass mit Nico Semsroth, der ja bis 2021 in der Partei die Partei war, und Martin Sonneborn wirklich so zwei sehr öffentlichkeitswirksamste, vielleicht sogar mit die öffentlichkeitswirksamsten deutschen EU-Abgeordneten und zwei der prominentesten Vertreter der Lobbyismuskritik in der Partei tätig waren. Und beide haben auch ein Buch zu ihrer Zeit als EU-Abgeordnete geschrieben. Semsroth, das Buch Brüssel sehen und sterben. Und Sonneborn, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Das hat seit dem 8. Februar diesen Jahres sogar einen zweiten Teil. Ja, und in den Büchern sollen sie den Bewertungen nach zumindest recht unterhaltsam das Thema Lobbyismus zentral behandeln. Und ich finde auch, das ist eigentlich das, was perfekt zu dieser Partei passt, bei der oft gesagt wird, man könnte sie jetzt nicht klar politisch verorten. Das ist ja auch eigentlich so der ganze Witz, den die auch selber mit, ich glaube, das ist ja dann sogar ein Akronym, wo die dann eben diese ganzen einzelnen Buchstaben mit irgendwie, ja, so widerstrebenden Worthülsen füllen, füllen, wofür sie jetzt eintreten. Aber eigentlich ist, denke ich, diese Satirepartei der politische Arm, des deutschen politischen Kabarets, der diversen Satiresendungen. Deren Inhalt ist auch bei allermeist eher linksliberalen Ausrichtungen vor allem eins, parlamentarisch utopisch. Das ist dann auch eigentlich die Idee, die hinter der gängigen Lobbyismuskritik steht. Das ist der Versuch, die parlamentarische Demokratie, genauso wie den damit einhergehenden Kapitalismus, vom schädlichen, korrumpierenden Einfluss des Lobbyismus zu befreien und damit dann dem Parlament die Möglichkeit zu geben, ihre eigentlich doch so hehren Ziele und Pflichten aufzunehmen und voll und ganz im Sinne des Volksinteresses das Staatsinteresse gegen alle unterschiedlichen Partikularinteressen der unterschiedlichen Unternehmen durchzusetzen. Und das unterscheidet diese dann auch von der Lobbyismuskritik der Rechtsradikalen. Weil das ist ja ganz spannend. Das hört sich ja, wenn man sich das jetzt mal erstmal so anschaut, gar nicht so unähnlich zu dem an, was vielleicht auch die Faschisten oder die Nationalsozialisten so formuliert haben in ihrer Kritik an der parlamentarischen Demokratie. Aber da ist eben auch der Unterschied. Die sehen zwar auch in ihrer Kritik des Parlamentarismus die ganzen unterschiedlichen Partikularinteressen als Bedrohung für das Staatsinteresse und unterstellen dem Parlamentarismus, dass dieser dann auch erst überhaupt ermöglicht hat, dass diese dann alle da herangetragen werden können. Aber diese wollen die dann eben durch einen unkorrumpierbaren Führer unter Kontrolle gebracht sehen. Dafür sehen sie dann aber die Notwendigkeit der Beseitigung des Parlaments. Der parlamentarische Utopist hingegen, der eigentlich den heutigen Lobbyismuskritiker charakterisiert, sieht durch diverse reformistische Schritte diese Befreiung des Parlamentarismus als möglich an. Diese versuchen dann das Problem auf drei unterschiedlichen Ebenen anzugehen. Erstens geht es ihnen um eine moralische Revolution. Die Politiker müssen sich endlich im Sinne des Spruches über dem Westportal des Reichtags, dem deutschen Volke, wieder am Gemeinwohl orientieren. Hier gibt es auch oft Protestaktionen, wo zum Beispiel ein Banner mit der deutschen Wirtschaft darüber gehangen wurde, gegen Lobbyismus. Man nimmt eigentlich die Politik beim Wort und versucht ihr ins Gewissen zu reden. Nicht unähnlich wie bei dem Populismus der AfD wird versucht klarzumachen, erinnert euch endlich, wer euch den Auftrag zum Regieren gegeben hat. Dies wird häufig mit der Forderung nach einer Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft gefordert oder gleich gesagt, diese wurde nie eingelöst und soll jetzt aber durch umfangreiche, damit verbundene Reformen umgesetzt werden. Beispielsweise wie Thilo Jung von Jung und Naiv immer wieder eine höhere Besteuerung von Vermögen fordert. Zweitens wäre das dann eine legale Bindung ans allgemeine Interesse. Klare, strengere Regeln durch unabhängige Kommissionen für die Einflussnahme von Lobbyisten auf Politiker, Durchsetzen des Fraktionszwangverbots, was ja eigentlich verfassungsrechtlich geregelt ist und ein Aufbrechen der Fraktionsdisziplin. Das heißt dann, Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang ist ja eigentlich, dass wenn ich Teil einer Fraktion im Bundestag beispielsweise bin, dann stimme ich außer bei gewissen Ausnahmen im Sinne der Fraktion ab und spreche mich natürlich mit den Leuten vorab. Und das Problem hierbei ist, man kann dagegen natürlich agieren, man kann anders abstimmen, aber die Partei hat eine unfassbare Macht über die einzelnen Abgeordneten und stellt beispielsweise auch die Wiederwahl sicher. Das finde ich ist auch ein ganz spannender Punkt, auch für uns als Anarchisten, dass hier ja um eine Entfesselung des freien Mandats geht. Und das ist ja auch eine Diskussion, die in anarchistischen, aber auch in rätedemokratischen, kommunistischen Kreisen immer wieder geführt wird, weil das freie Mandat, das was wir in allen gängigen Demokratien haben und in Deutschland auch eigentlich nur mit der Ausnahme, glaube ich, des Bundesrats universell eigentlich ist. Das heißt, ein Abgeordneter ist nur dem eigenen Gewissen unterworfen und hat sonst keine Bindung an die Partei oder die Leute, die ihn gewählt haben, entgegen des imperativen Mandats, was wir oder Rätedemokraten bevorzugen, nämlich, dass ein Abgeordneter weisungsgebunden ist an die Leute, die ihn gewählt haben. Das heißt, dass er auch bei zu wiederhandeln gegen deren Interessen oder gegen deren Wünsche wieder abgewählt werden kann. Ja, und die Idee hierbei von eben dieser Entfesselung des freien Mandates durch die Lobbyismuskritiker ist eigentlich, dass dann oppositionelle Abgeordneter einer Partei so sich dann besser der Einflussnahme von Partikularinteressen verwehren können. Siehe beispielsweise Marco Bülow in der SPD, der eben ja aus seiner Oppositionshaltung in der SPD aus der ausgetreten ist und das dann später stark kritisiert hat, dass er eigentlich bei so vielen Sachen, die dann im Sinne von Unternehmen beschlossen wurden, nicht dagegen stimmen konnte, da dann eben die Partei sehr viele Druckmittel gegen ihn hat. Anderer wichtiger Punkt ist natürlich der Verbot von Wechsel von Politik in die Wirtschaft eigentlich, eine Beendigung von dem Drehtöreffekt, den du ja schon am Anfang beschrieben hast, weil hiermit wird dann den Lobbyisten die persönliche Zugangsebene zur Politik deutlich erschwert. Dazu kommen dann auch noch so Reformvorschläge wie die Neustrukturierung der Parteienfinanzierung, mehr Staatsgelder für Parteien, damit auch eine geringere Notwendigkeit davon eben sich über Spenden oder Mitgliedsbeiträge zu finanzieren und auch eine deutlich strengere Kontrolle von privaten Spenden. Das wäre dann eben so ein Entgegenwirken der organisatorischen Ebene des Lobbyismus. Gleichzeitig soll es dann aber auch eine Stärkung von gemeinnützigen Lobbyisten geben, die wir am Anfang ja schon angesprochen haben, beispielsweise AWO, der Arbeiterwohlfahrt, Greenpeace oder anderen Organisationen, die dann eben ein Gegengewicht schaffen sollen als Lobbyorganisationen, denen dann ein nicht schädliches Partikularinteresse oder eine Orientierung am allgemeinen Interesse unterstellt wird. Und der letzte Punkt, der dann auch immer als Reformvorschlag ins Gespräch kommt, wäre die Einführung von Volksentscheiden, damit es mehr basisdemokratische Kontrolle über Gesetzesentwicklung gibt. Dadurch sollen dann auch Gesetze der direkten Einflussnahme von Lobbyisten entzogen werden, weil das ist ja auch eben ein großes Problem in der Einflussnahme, dass ganz viele Gesetzesvorschläge einfach direkt aus der Wirtschaft kommen und so oder mit kleinen Abwandlungen übernommen werden. Und so soll es dann eben die Möglichkeit geben, dass es nicht mehr nur diese zahnlosen Petitionen gibt, sondern tatsächlich die Bürger dann aktiv in den Gesetzesentwicklungsprozess eingreifen können. Und der dritte Punkt, wie sich Lobbyismuskritiker die Befreiung des Kapitalismus vorstellen, ist die absolute Transparenz. Auch hier bezieht man sich auf die eigentlichen Ideale des Parlamentarismus. Genauso wie beim Schriftzug, der über dem Reichstag thront, wird auch auf die 1999 eröffnete Glaskuppel des Reichstags, hier als Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, welch geniales architektonisches Element die Glaskuppel Ich habe ja so ein kleines Loblied auf die Glaskuppel des Reichstags geschrieben. Die Glaskuppel eigentlich ist die Transparenz des politischen Geschehens, was unter den Füßen im Auftrag der Besucher passiert. Gleichzeitig werden wohl auch angenehme Lichtverhältnisse und ein gutes Raumklima im Parlament geschaffen. Das ist aber auch wirklich, finde ich, schon cool. Ja, ja. Eigentlich soll also Politik gänzlich einsehbar für die Bürger und Wähler sein. Und genau das ist es eben, was nicht nur architektonisch dargestellt werden soll durch den Reichstag, sondern aus der Sicht der Lobbyismuskritiker endlich auch realen Einzug in dieses Parlament halten soll. Und dazu wird beispielsweise auch eine Offenlegung von den Beteiligten an Gesetzesentwicklungen gefordert. Denn auch wenn es ja, wie wir das in dieser Folge schon beschrieben haben, ab 2021 fand sich nochmal eine deutlich Verschärfung der Gesetzeslage gab, um mehr Transparenz zu erreichen, ist hier eben der Wunsch vorhanden, dass man wirklich alles einsehen kann als Bürger, als Wähler, um sich über alles halt einen ganz transparenten Überblick machen zu können. Was ist nun das Problem mit dieser Lobbyismuskritik? Weil an und für sich hört sich das doch erstmal gut an, oder? Ja, ich finde, du hast natürlich recht, wenn man das alles so hört, was wir besprochen haben und auch wenn man den diversen Lobbyismuskritikern zuhört, dann möchte man instinktiv erstmal zustimmen und fragt sich dann auch, was kann man eigentlich dagegen sagen? Ich finde, da muss man auch erstmal mit beginnen, dass Lobbyismuskritik ja auch ein gängiger Einstiegspunkt in eine Kritik am Kapitalismus ist. Zu einem gewissen Grad würde ich auch sagen, in meiner frühen Beschäftigung waren das auch so, gerade die großen Skandalfälle, die auch bei mir dafür gesorgt haben, dass so der letzte, das letzte bisschen Idealismus in die Parlamente, wie es vielleicht dann noch in der Zeit, als ich die Linke auch toll fand, bei mir noch vorgeherrscht hat, dann auch nach und nach immer weiter eigentlich für, ja, eine Haltung, die eher revolutionär ist, gesorgt haben. Weil Lobbyismus zeigt auf, dass die Ideale dieser Gesellschaft, gleiche Mitbestimmung für alle Politiker, die wenn nicht immer kompetent, aber zumindest im Auftrag des Volkes handeln, voranstellen des allgemeinen Interesses vor dem Interesse des einzelnen Unternehmens nicht eingelöst werden und dass sie aktiv eigentlich verraten werden. Wenn man dazu kommt, dann kann man zwei Wege einschlagen. Erstens zu erkennen, dass die Ideale, die eine parlamentarische Demokratie sich setzt, vielleicht abstrakt über sich hinausweisen, aber so, wie sie sich in diesem System darstellen, aufgrund seiner Regelmäßigkeiten, niemals so, wie man es sich wünscht, sich entfalten können. Kurz, in einem kapitalistischen System kann es nie eine wirklich demokratische Kontrolle über unser Leben geben. Und wenn wir wirklich über unsere Leben und auch über unsere Ökonomie demokratisch entscheiden wollen, müssen wir diese Gesellschaft in eine andere transformieren. Der zweite Weg ist, man nimmt diese Ideale für voll und fordert ihre absolute Entfaltung in den aktuellen Verhältnissen. Und dann muss ich, wenn ich diese Entfaltung und die Beibehaltung der kapitalistischen Wirtschaftsweise fordere, teils, wie wir auch gerade beschrieben haben, sehr radikale Reformschritte einfordern, aber eben ohne eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft und Ökonomie. Und ich finde, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, der uns dann halt fundamental unterscheidet, die Frage der Ökonomie, wie so oft, auch dann eben in dieser Frage zu, halt dann so Leuten wie Marco Bülow, der ja jetzt keine soziale Revolution vor sich her trägt, als auch zu so Leuten wie zum Beispiel der Basis, diese Partei, die aus diesem verschwörungstheoretischen Milieu stammt und aus den Corona-Protesten hervorgegangen ist, die ja als zentrales Element die Basisdemokratie halt beschreibt für sich als Partei, wie das auch viele kleine Parteien tun. Aber das ist halt sehr spannend, weil die Leute dann das ja wirklich dann argumentieren und halt sagen, ja, wir müssen das im Prinzip alles so gestalten, was sie vielleicht nicht gerne hören, wie das halt die Grünen früher mal als Partei versucht haben, so ganz basisdemokratische Parteien und so weiter und dann funktioniert das alles. Aber wenn man halt über die wirtschaftliche Ebene mit diesen Leuten spricht, dann rasten die ja völlig aus, wenn du dann halt sagst, ja, das ist ja auch alles schön und gut, das kann man ja auch machen und das ist ja auch nicht unvernünftig, aber wir werden halt nur eine echte Demokratie halt haben, das was ihr eigentlich ja vorgebt zu wollen, wenn wir halt auch die Wirtschaft demokratisieren und wenn die das hören, dann rasten die halt aus und sagen dir, du bist irgendwie ein sozialistischer Massenmörder, Verbrecher und das ist halt natürlich total absurd, aber das zeigt halt sehr fundamental hier einen Unterschied auf und wo wir uns zu positionieren haben. Ja, das ist halt, wie du schon gesagt hast, eben das, wo wir auseinander gehen, weil die gängigen Lobbyismuskritiker, die schlagen eben den letzteren Weg ein, den Weg des Reformismus ein und hieraus ergeben sich dann auch die Probleme, weil erstens kann die Lobbyismuskritik genauso wie die parlamentarische Demokratie nie ihre eigenen Ideale einlösen, weil egal wie ausschweifend die Regelungen eingeführt werden, bleibt es immer in einer parlamentarischen Demokratie dabei, dass ein Interesse mit viel Finanzmacht immer mehr Möglichkeiten hat, ihr Interesse an die Politik heranzutragen. Die Reform, die müssten wirklich so umfassend sein, wenn man wirklich, so wie es zumindest idealistisch behauptet wird, dem politischen Apparat von der direkten Einflussnahme der Unternehmen auf die Politiker bereinigen möchte, dass er wirklich immens träge wird und es einen riesigen Überwachungsaufwand der Abgeordnetenbedürfe. Man muss sich das ja mal vorstellen, was dann alles überwacht werden muss und offengelegt werden muss. Und gleichzeitig, damit das hier nicht zu kurz kommt und es wirklich so wirkt, als würden wir einfach jetzt an dem Punkt diese diversen Reformen irgendwie nichtig machen wollen oder einfach komplett ablehnen wollen, kann man natürlich fragen, könnte man durch Reformen unsere Verhandlungspositionen als Arbeiter, einfache Bürger, marginalisierte Interessengruppen verbessern durch die angestrebten Reformen? Ja, absolut. Und daher sind sie auch mit einem revolutionären Ziel vor Augen, Etappen auf einem Weg, die man fordern kann. Und ich denke, die man auch bei vielen der angestrebten Reformen fordern sollte. Aber ohne revolutionäres Ziel wird zweitens das bestehende System als im Kern eigentlich gut und harmonisch funktionierend idealisiert. Und das lehnen wir als Anarchisten, die eine Transformation dieser Gesellschaft an einer freiheitlich-sozialistischen fordern natürlich ab. Warum? Falls ihr jetzt neu beim Podcast seid, das könnt ihr beispielsweise vertieft in unserer hundertsten Folge nachhören. Aber auch die Lobbyismuskritiker führen hier einfach einen Kampf gegen Windmühlen. Selbst wenn was nie passieren wird, nehmen wir das jetzt mal einfach an. Die direkte Einflussnahme auf die Politik durch Unternehmen gänzlich unterbunden werden könnte, würde der indirekte Einfluss immer die Interessen der Unternehmen vor die der Arbeiter und Bürger vor unsere stellen. Weil in der vom Lobbyismus befreiten Gesellschaft ist der Staat immer noch auf erfolgreiches kapitalistisches Wirtschaften auf seinem Grund und Boden angewiesen. Fordert und fördert er immer noch das Wachstum und die Etablierung im besten Fall global agierender Konzerne, die an ihn Steuern abdrücken, seine Staatsmacht auf der Welt durchsetzen und seine Bürger in diesen in Arbeit setzen. Zwar wird er dann weniger auf die expliziten Partikularinteressen der einzelnen Unternehmen eingehen. Das stimmt, aber im Sinne der Unternehmen an sich, aller Unternehmen, wird er immer dessen Interesse gegen das von uns durchsetzen, weil dieses nun mal relevanter ist, um in der internationalen Staatenkonkurrenz zu bestehen und weil es unserem einfach konträr entgegensteht. Und das heißt nicht, dass es nicht auch Entscheidungen gibt, die mal zu Ungunsten aller Unternehmen auch jetzt schon gefällt werden. Beispielsweise die Einführung des Mindestlohns, beziehungsweise zuletzt auch seine Erhöhung. Aber als Summe aller Entscheidungen gesehen, ist das Interesse der Unternehmen immer wichtiger als das der einfachen Bevölkerung, da diese aufgrund der Gesetzmäßigkeiten, die dieser Staat und alle anderen auf der Welt festschreiben, die ökonomische Macht besitzen und ihm so zu eigener ökonomischer, militärischer und generell staatlicher Macht verhelfen. Und damit, das letzte Punkt drittens, können die Lobbyismuskritiker nie, niemals ihr Ziel erreichen und sind eigentlich das, was man umgangssprachlich Utopisten bezeichnet. Sie sind Träumer mit sicherlich, und das erkennen wir an, sehr hehren und guten Zielen, aber nun mal solchen, die wirklich aufgrund der Beschaffenheit und der Gesetzmäßigkeiten dieses Staates und seiner Ökonomie nie erreicht werden können. Und genau deswegen sollten wir uns, anstatt in Wunschvorstellungen eines nicht korrumpierten Kapitalismus und einer parlamentarischen Utopie zu verlieren, lieber einer wirklich realistischen und zielgerichteten Revolution widmen. Ja, was gibt uns die heutige Folge 122 von Übertage über Lobbyismus mit? Lobbyismus ist der Versuch, Partikularinteressen im kapitalistischen Staat, mal für ein Unternehmen, mal für eine ganze Branche, mal auch nur für andere Interessensgruppen, durch die Beeinflussung von Politik und die Öffentlichkeit einen besonderen Schub zu geben. Dies funktioniert auf der persönlichen, der organisations- und gesamtgesellschaftlichen Ebene, beispielsweise durch das in Aussicht stellen von guten Positionen Aufsichtsräten, der Finanzierung von persönlichem Wahlkampf oder der Partei, der Finanzierung und Kontrolle von Forschung, dem Drohen und Locken mit wirtschaftlicher Macht und Propagandakampagnen für das eigene Unternehmen oder der Branche. Dafür benötigen Lobbyisten einen guten Draht und enge Verbindungen in die Politik, weswegen es eher unüblich ist, speziell ausgebildet ohne vorherige Tätigkeiten, Politik oder Diplomatie-Lobbyist zu werden und viele vorherige Politiker Lobby-Tätigkeiten ausführen und so ihre Kontakte zu Geld machen. Dies führt immer wieder zu mal offensichtlicheren, mal verdeckten Schädigungen der Bürger und anderer Interessensgruppen und sorgt für Skandale und Kritik an dieser Praxis. Daraus entsteht eine Kritik, die die Ideale der Demokratie und Interessensgleichheit und Gerechtigkeit einfordert. Dabei tappt sie aber in die Falle eines utopischen Verständnisses von parlamentarischer Mitbestimmung. Wer echte Mitbestimmung an Entscheidungen, die unser grundsätzliches Leben betreffen möchte, kann sich nur für eine soziale Revolution einsetzen, in der es eine faktische Demokratisierung und Enteignung der Kapitalistenklasse gibt, welche nun mal dazu führt, dass wir als ArbeiterInnenklasse in Unfreiheit gehalten werden. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Ich so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Als erstes wären das gleich zwei Serien aus den USA, die, denke ich, Lobbyismus wirklich gut darstellen und generell auch einfach sehr empfehlenswerte Serien sind. Einmal House of Cards, wohl wie keine andere, inzwischen bekannt für die Darstellung des Lobbyismus direkt am Zentrum der US-amerikanischen Macht. Als zweites wären das die dritte und vierte Staffel der US-Serie The Wire, die meiner Meinung nach generell eine der besten Serien ist, die ich jemals gesehen habe. Aber auch die komplexe Welt, gerade in diesen Staffeln der Wahlkampffinanzierung in den USA auch auf lokaler Ebene darstellt. Dann das Gespräch von unseren Genossinnen von 99 zu 1 mit Marco Bülow, welches zu einer Zeit entstanden ist, als unsere beiden Projekte, wir sind ja gleichzeitig mit 99 zu 1 am gleichen Tag gestartet, noch in den Kinderschuhen steckten. Und als drittes wäre das Thank You for Smoking, einem Film von 2005, der den Lobbyismus der Tabakindustrie aus der Sicht eines US-amerikanischen Lobbyisten erzählt. Das finde ich auch nochmal besonders spannend, weil es auch einer der ersten politischen Filme war, den ich jemals damals noch in meinem Kinderzimmer geschaut habe und der mich wirklich sehr geflasht hatte. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Tschüss. aqui, sch swampTodd Keiro�. Da ist z ahora. Judas. Nicolas Mick combined aus.